Hey ihr Lieben, Back is Back und die Ufa Fiction machen eine kleine Verlosung. Also ihr könnt unter diesem Post hier schreiben, welche Szene euch von dem bisher gesehen am besten gefällt und dann gewinnt ihr ein kleines Meet and Greet mit mir und vielleicht kommen auch noch ein paar andere Castmitglieder dazu. Und dazu gibt es auch noch einen ganz leckeren Rucksack. Ja, also bis gleich. Tschüss!